Er war nicht besonders witzig, und er war nicht sehr gut gebaut. Er hatte keine schicken Sachen an, er war nicht sportlich und nicht laut. Stach nicht hervor aus der Masse, und die Jungs aus seiner Klasse verstanden's einfach nicht. Denn die Melle sog es trotzdem zu ihm hin, wie die Motten zum Licht. Er war der Beste in Latein, der Allerbeste in Latein. Wie er die Verben konjugierte, Substantive deklinierte, das konnte er allein. Er war exakt wie ne Maschine, er wusste sogar, wenn er schlief. Auf A, AB, EX, W, Cumsine, und Pro und Play folgt Ablativ. Er rezitierte ganze Fabeln, beherrschte die Vokabeln, und war immer hellwach. Und die Mädels aus der Klasse, wurden reihenweise schwach. Er war der Beste in Latein, er schrieb nur Einsen oder Zwein. Und sah mehr ein Klagelied, von Horat oder von Ovid. Fing die Mädels an zu fallen. Er war der Beste in Latein, der Allerbeste in Latein. Wie er die Verben konjugierte, Substantive deklinierte, das konnte er allein. Doch dann bekam er sein Latinum, Sein Leben nahm ne böse Wende. Denn dadurch war er in der Schule, mit seinem Latein total am Ende. Er war der Beste in Latein. Doe ich denn!